Ich bin Anja, ich bin 11 Jahre alt und bin jetzt beim Zukunftstag bei der Tagblatt Medien. Was hat dir am besten gefallen bis jetzt am ganzen Tag? Eigentlich, dass ich hier helfen konnte. Was hast du mitgeholfen? Bilder auswählen vom Naturmuseum für einen Beitrag bei FM1 Today. Wenn du in die Schaffenswelt gesehen hast, bist du froh, gehst du in die Schule oder würdest lieber arbeiten? Eigentlich beides. Ab und zu denke ich in der Schule auch, es ist zu langweilig. Und ab und zu auch, was hat man denn da? Was tut überhaupt? Das ist eine gute Frage, die stellen wir uns auch immer wieder. Was ist denn besser am Arbeiten, als an der Schule hier? Man hat eigentlich Arbeitszeiten und man kann selber so ein bisschen denken, was macht man jetzt und was macht man auch am nächsten Tag ein bisschen. Und in der Schule sagt dann einfach so ein bisschen der Lehrer, jetzt müsst ihr das machen und ihr habt Hausaufgaben aufmorgen und so. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.